Wir sind die Volksbank Reichgau, eine der größten Volksbanken in Baden-Württemberg. Die Zukunft gestalten. Ein Projekt, das nur gemeinsam gelingen kann. Mit nachhaltigen Zielen, mit tief empfundener Verantwortung. Mit Menschen, die sich leidenschaftlich für andere engagieren. Wir müssen auch mit dem etwas verstaubten Image der Bankenbranche aufräumen. Also vermitteln, dass wir einfach finanzielle Lösungen für unsere Kunden schaffen. Was ich super finde, sind auf jeden Fall die Mitarbeiter, die wir haben, ist der Umgang mit den Menschen und wie wir hier unterstützt werden. Wenn auch du anderen Menschen bei der Gestaltung ihrer Zukunft helfen möchtest, starte deine Karriere mit einer Ausbildung bei der Volksbank Reichgau. Ich freue mich darauf, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und die verschiedenen Berufsfelder kennenzulernen. Ich hätte nicht erwartet, dass ich in der Ausbildung so viele Möglichkeiten habe, mich weiterzuentwickeln, sei es persönlich oder auch in meinem beruflichen Alltag. Es geht los mit einem tollen Onboarding, mit einer entsprechenden vollwertigen IT-Ausstattung, aber natürlich mit Persönlichkeitstrainings, weil wir sehr großen Wert auf den Mensch legen. Und nicht zuletzt, lasst uns die Feste gemeinsam feiern. Wir coachen Zukunft. Als Unternehmen und als Aufstiegshelfer bei und mit Anpfiff ins Leben. Gestalte deine Zukunft. Bewirb dich jetzt. 記 vor. Let SAYtseh. Was youtubers war und aufhebe. Was gefört disturbing. ростяет. bland dasало. Bei mir ist etwas tipos. Untertitelung des ZDF, 2020